Hallo ihr Lieben, ich habe euch ja bereits erzählt, dass ich in der neuen Hörspielserie Anomalia mitspreche. Und zwar spreche ich einen der Antagonisten namens Mark Nicholson. Anomalia ist eine Science-Fiction-Serie, äh, Hörspielserie, mit einer, wie ich finde, unglaublich geilen Story. Es geht um Zeitspalten, durch die Menschen aus verschiedenen Zeiten fallen, die dann quasi alle an einem Ort namens Anomalia gesammelt werden. Mehr darüber könnt ihr auf der Webseite www.anomalia-das-hörspiel.de sehen und lesen. Und auch auf dem Anomalia-YouTube-Kanal. Alle Links dazu sind auch in der Videobeschreibung. Das ganze Projekt finanziert sich zunächst über Crowdfunding, weil man ja, wie so oft, am Anfang noch nichts eingenommen hat. Bis zum 05.08. läuft diese Aktion. Das Projekt benötigt 3.500 Euro. Zum Zeitpunkt, an dem ich dieses Video hier drehte, haben wir schon 2.040 Euro eingenommen. Dafür auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Ihr geht übrigens nicht mit leeren Händen aus, wenn ihr mitmacht. Auf der Anomalia-Website könnt ihr genau sehen, was ihr für welchen Betrag bekommen könnt, wenn ihr möchtet. Könnt euch das da selber anklicken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das unterstützt und euch dann auch die fertigen Folgen kauft. Damit würdet ihr euch nicht nur tolle Hörspiele kaufen, sondern mir den Traum erfüllen, von Anfang an in einer Hörspiel-Serie dabei zu sein. Und ihr könnt was hören mit eurem Gnischen. Am 06.08. fahre ich nach Frankfurt, um am 07.08. für die erste Staffel einzusprechen. Auf Instagram, in den Insta-Stories, werde ich euch mit auf die Reise nehmen. Ich freue mich auf eure Kommentare, egal wo. YouTube, Instagram, etc. Bis bald und Rock'n'Roll, euer Gnichel. Euer Gnichel.